Özil, Özil heißt der? Özil, mit Ü auf Türkisch. Özil, als er etwas über die Uiguren gesagt hat, was haben sie gesagt? Ein Sportler muss sich von der Politik fernhalten. Tayyib, dann haltet ihr euch auch fern. Was sagt ihr dazu? Ja, ich war. Alhamdulillah, wir sind Muslime. Und wir wissen, wie der ganze Film läuft. Wir kennen schon das Ende von diesem Film. Weil die Geschichte immer dieselbe bleiben wird. Nur wer ändert sich die? Die Schauspieler, sie ändern sich.